Ja, das hier ist unsere Sarah. Die kommt ursprünglich aus Bulgarien, ist ein Straßenhund gewesen. Man hat die also wirklich von der Straße eingesammelt und ist dann da in so eine Art Tierhotel gekommen, wie die das dann nennen, was natürlich schöner klingt, als es ist. Aber dort werden die Hunde reisefertig gemacht, geimpft, gechippt, kastriert. Und das auch alles ist bei der Sarah gemacht worden, bis sie dann endlich zu mir gekommen ist und jetzt bei uns in der Familie mitliebt. Sie ist stubenrein, sie ist katzenverträglich, sie ist eine ganz, ganz Liebe, ist absolut verträglich mit allen Hunden, egal, große, kleine Rüdenhündinnen, ist also wirklich überhaupt gar kein Problem. Sie läuft auch schön schon mit spazieren ohne Leine. An der Leine geht sie, aber naja, das muss sie noch ein bisschen üben. Ist rundum wirklich ein ganz netter, unkomplizierter Hund, die gerne in eine Familie vermittelt werden könnte, auch mit Kindern, die vielleicht nicht allzu klein sind, das fände sie vielleicht zu anstrengend. Aber ansonsten ist sie wirklich absolut kompatibel mit allen und sucht eine nette Familie, die genug Zeit für sie haben und ihr genug Liebe schenkt. Wenn ihr Sarah kennenlernen wollt, dann schaut doch einfach mal auf unserer Internetseite www.napfsucher.de. Da findet ihr auch ein paar Bilder und noch eine Beschreibung zu ihr, Kontaktdaten, wie ihr uns erreichen könnt. Und ich würde mich freuen, wenn sich jemand meldet. SongTag.de. Bis zum nächsten Mal.